So, guten Morgen Knaas, DLP hier und weiter geht's mit dem Streamer Live Simulator. Ja, ich muss eigentlich was essen, also es steht hier links unten, du solltest essen, du bist fast am Verhungern. Aber erst die Arbeit, dann den Magen vollschlagen. Erstmal muss ich meinen PC hier installieren oder was weiß ich, keine Ahnung. Und Shoutout an Basti, du hast recht, das sieht richtig gut aus hier. So habe ich meinen PC wirklich auch immer stehen. Ja, ich stehe einfach darauf, meinen Hals zu verdrehen, jedes Mal, wenn ich irgendwie zocke oder so. Super Sache, DLP wieder an seinem Element, ganz toll. So, dann werde ich jetzt den PC fragmentieren und hydrolieren und elektrolysieren, keine Ahnung. Ich bin halt kein IT-Spezialist, ja. Kann ich das Auto denn wenigstens wegfahren heute? Halt jetzt die Schnauze, dann verreckst du halt, Mann. Bis der wohl mal einen Tag ohne Essen auskommt. Aber wieso ist mein Auto jetzt auf ewig verpackt oder was? Das ist doch absoluter Dünnschiss. Hier, Kollege, nicht an mir vorbeilaufen, hilf mir das Auto wegzuschieben, Mann. Das ist doch scheiße von dem Spiel. Ich meine, hier ist ja nichts. Ich könnte hier... Es müsste ja locker gehen eigentlich. Ich müsste ja jetzt locker zurückfahren können. So, so, so. So, wie in der Fahrschule gelernt, wenn man hängen bleibt, einfach aufs Gas drücken. Na toll. Es klappt nichts in diesem Saftladen. Ich kann das Spiel nicht ohne Auto spielen. Kann ich mir ein Auto klauen? Das ist doch scheiße hier. Wir werden... Oh, ich bin total eingeparkt, Mann. Oh, mein Gott. Ja, wie soll ich denn das machen? Kann ich das schieben? Nee, kann ich nicht. Kaufen wir neu. Oh, das ist doch scheiße. Das Let's Play geht zwei Minuten und ich hab's einfach schon verkackt. Ja. Ey, ich hab's verkackt. Ich komm hier nicht raus. Ja, das wird nichts. Okay. Ich brauch kein Auto. Ich zieh das Let's Play ohne Auto durch. Außer ich kann mir ein Auto kaufen irgendwann. Egal. So, hier, zack. Ja, nimm's doch jetzt in die Hand. Meine Güte. Was ist denn das alles hier? Displaycard. Samsung Zero. 50 Megabyte. Was soll das heißen? Ich bin kein IT-Profi. Spiel. War das vielleicht nicht das richtige Spiel für RDLP? Wir werden sehen. Eigentlich kenne ich mich im Leben nur mit Waschpulver aus. So. Komponenten untersuchen. Ja, hier, popp mal rein. Ist das das Mainboard? Digga, was weiß ich? Ah, Mainboard. Sehr gut. Das ist ein Socket. Was? CPU? Okay. Das ist eine Displaycard. Das ist ein SSD. Oh Gott. Ich muss mir gleich erstmal was zu essen holen. Irgendeine Tütensuppe oder Dosenravioli oder Bier. Das sieht aus, als ob die hier sich gerade erleichtern möchte. Hast du kein Kilo zu Hause? Ansonsten kann ich dir mein Toilettenmanagement empfehlen. Oh Mann. Ah, die Leute sehen hier aber auch zu schick aus. Also die Entwickler von diesem Spiel, die gefallen mir direkt, ja. Ach, hier kann ich was für Essen kaufen. 10 Euro für eine Kugel Eis. Hast du da Kaviar reingemischt oder was? Ey, das kann doch nicht sein. Hast du den teuersten Champagner in die Tiefkültruhe gelegt oder was? Das kann doch nicht sein, Mann. Das ist doch viel zu teuer. So, was ist denn das hier? RAM. 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 Okay, muss rein. So, PC ist aufgesetzt. Ich könnte IT studieren. So, ich hole mir jetzt erstmal ein Eis. Das habe ich mir verdient. Habe ich das jetzt im Inventar? Oder er hat es schon... Ah, dieser gierige Mistkerl, mein Charakter, hat es natürlich direkt gefuttert. Ja, irgendwie... Das kann doch nicht sein. Das Spiel ist total verbuggt. Ich probiere es doch einmal. Und falls das jetzt nicht läuft, dann scheiße ich drauf. Oh, es schiebt auch keiner an. Ja, das ist hier... Das ist doch echt scheiße von den Leuten. Wo ist die Zivilcourage? Ich kaufe mal einfach ein neues Auto. Ich werde schon kein Auto brauchen. Alles gut. So, jetzt wird erstmal gestreamt. Äh. Ach so, ich habe den PC falsch rum. Wie muss der denn richtig rum? So, ne? Eigentlich müsste ich den jetzt anschalten können. Ich habe ja alles. Ja, PC läuft doch. Hallo. Was soll denn die Grütze? Ah, ich bin wieder zu blöd. Q ist quits. Okay. Ja, hier läuft doch alles. Ist doch alles in bester Ordnung. Ram ist drin. SSD ist drin. Das hier ist drin. Das ist doch Display Card. Was willst du von mir jetzt? Was willst du von mir jetzt? Ist doch alles top. Habe ich hier was verkackt? Ne, auch nicht. Ja, schalt den PC jetzt an. Hä? Wieso kann ich den PC jetzt nicht anstellen? Oh, Mann. Irgendwas habe ich hier verkackt. Äh. Mainboard? Motherboard? Hä? Habe ich das verkackt? Ich kenne mich null mit PCs aus. Ich habe keinen blassen Schimmer. Verdammter Scheiße. Oh. SSD. Warte. Wie heißt das denn? SSD HDD. Okay. Mainboard. Sarus. Mainboard. Art Motherboard. Haltbarkeit 0,0. Ja, ist ja ganz gewaltig. Eigentlich müsste ich den jetzt starten können. Ey, das macht doch keinen Sinn. Ja, jetzt kann ich den starten. Ist eh klar. Willst du mich komplett verarschen? Was, bist du jetzt schon wieder hungrig? Hast du voll die Meise oder was? Du hast doch gerade erst ein Eis geschlabbert. Kann doch nicht wahr sein. Oh. Junge, das ist ja voll der... Was passiert denn, wenn ich nichts esse? Fall ich dann tot um? Ist das Spiel dann verkackt? Mann, pflanzt euch woanders fort. Nicht vor meiner... Vor meinem Fenster. So. Gut. Let's go. You're not my type. Es ist... Oh Gott, was... Was ein Bild, ey. Das reicht für heute. Genug Internet. So, was muss ich denn hier jetzt überhaupt machen? Ich hab's total vergessen. Äh, ich hab doch irgendwo ne Liste. Mit Aufgaben. Ja, wenn ich die mal finden würde. Na, keine Ahnung wo die ist. Irgendwas musste ich machen hier. Egal. So, hier. Wir gehen mal ins World Wide Web. Oh Mann, ich will aber auf ne bestimmte Seite. Ihr könnt euch alle vorstellen, auf welche. Ach, das ist hier so, oder? Ey, ich meine, ich wollte natürlich auf. Es tut mir leid. Ja, ich bin einfach... Ich kann mich jetzt nicht zurückhalten. Erstmal ein paar Hentais reinziehen. Ja, komm jetzt. Ja, hab ich keine Internetverbindung, oder? Was willst du mir erzählen? Das ist doch Grütze hier. Ja, ich bin über 18. RDLP. Kaufen Sie... Nächster... Spaß nach am Laufen zu haben. Ja, das klingt doch super. Sie haben keine Zeit mehr in Ihrem Konto. Ich werde hier nur abgezogen. Oh shit, jetzt habe ich das voll verschissen. Wie gehe ich denn zurück? Auf jeden Fall realistisch, diese Wartezeiten. Ganz tolle Grütze. So. Zorn. Äh, ich muss... Ah, was standen da? Blender, ne? Ja, genau. Also, ich weiß jetzt nicht, wo meine Aufgabenliste wieder hin ist. Ich sollte dringend meine Toilette machen. Wir sind hier nicht beim Toiletten-Team-Management. Willkommen bei Blender. Okay. Registrieren. Enter Nickname. R-D-L-P. Komplett. Den langweiligsten Vertrag. Ja, glaube ich auch. Ach so, das muss ich auch noch machen. Sie können sich jetzt anmelden. Ist ja gewaltig. Anmelden. Mein Passwort ist Blumenwiese69. Ja. Oh, ich muss Fingerabdruck machen. Ist ja der Wahnsinn. Partner werden. Ja, auf jeden. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Streams. Ah, wir können uns Streams reinziehen. Wo sind die Ozu-Streams, Mann? Äh. Ja, gibt's hier nicht. Ganz toll. Scheißspiel. Blender Prime. Kann ich mir nicht leisten. Dashboard. Anzeige anzeigen. Partner werden. Kann ich eh vergessen. Wie starte ich denn den Stream? Hallo. Ich kann hier nichts draufklicken. Oh, ist das ein kompliziertes Spiel. Ich würde mir das gerne reinziehen. Ich will jetzt zum Stream gucken. Hallo. Nicht runterfahren. Wir haben genug Kohle. Ich kann den PC ruhig noch ein bisschen länger anhaben. So, das ist ja ganz toll hier gelaufen. Kuh. Ich hatte doch gestern eine Liste. So, am rechten Bildschirmrand, da war eine Liste. Ist doch Grütze jetzt. Kann ich hier schon was machen? Werde bald kommen in Entwicklung. Na, ganz toll. Wieder ein unfertiges Spiel auf den Markt gebracht. Gebracht ist ja gewaltig. So, und jetzt muss ich irgendwie aufs Klo gehen. Wo ist denn das Klo? Hey, du. Oh Gott, was ist denn das für ein Tier, Mann? Oh, der hat echt sein Leben lang gepumpt. Ja, bis ins hohe Alter. Alter, wie oft muss ich denn essen? Nö, ich esse jetzt nichts mehr. Ich klau mir erst mal ein Auto. Geht nicht. Oh, ist doch Grütze hier. So, was ist hier? Katzen. 550. Wie viel habe ich denn? 550. Bank. Aha, ich kann mir sogar eine Katze kaufen. Aber das lassen wir mal lieber. Ich muss endlich mal klug investieren. Erstmal den... Ah, scheiße, keine Pfandflaschen. Na toll. Ich gehe erst mal die Gegend erkunden. So, hier. Ich zeige euch mal ein bisschen die Map. Ich habe es eh schon wieder verkackt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Aber meine Liste zeigt mir halt nichts an. Das ist ein ziemlicher Käsekuchen hier. Okay. Wow, das ist das ganze Ghetto. Warum spiele ich eigentlich immer Spiele, die nur im Ghetto stattfinden? Oller Spanner hier. Kann ich auch nicht rein. Ich würde halt gerne mal wissen, was ich hier machen muss. Ich habe meine Aufgaben nicht mehr. Hallo, Spiel. Soll ich mal alle Tasten drücken? Ha. So, mal gucken. Ich drücke mal alle Tasten. Vielleicht passiert ja was. Aha. Jot. Registriere Sie sich auf der Blender-Webseite. Öffne das Telefon. Deaktivieren Sie das erste Haus in der Karten-App. Okay. Karten-App. Äh. Das ist viel zu kompliziert hier. Laden Sie das OPS-Programm von der Apps-Webseite runter. Ja, auf dem PC oder was? Oh, ist das kompliziert. Ja, tschüss. Von der Apps-Webseite. Leute, ich bin für sowas nicht geschaffen. Ich lebe noch im 18. Jahrhundert, Mann. Ich kann sowas nicht. Äh. Das, ja, Leute, es tut mir so leid. Aber ich bin halt ein absoluter Vollidiot, was das betrifft. Ich kenne mich mit dem Internet null aus. Das ist alles Neuland für mich. Äh. Ist. Aber das Spiel finde ich schon mal geil. Ja. OPS. So, App Store. Wo bist du denn? Hier. Ja, sobald die Streams laufen, dann wirst du auf welcher Webseite ich mir eine kostenpflichtige Mitgliedschaft hole. Und zwar auf Spieleaffe. Ja. Äh. Gut. Herunterladen. Ich brauche Spottirei. Avest. Wir brauchen keine Virenprogramme. Das geht alles. Ich will aber nicht OBS, Mann. Oh, ein wirkliches Spiel. Muss ich hier jetzt 20 Minuten zugucken, wie das runterlädt. Oh, ich weiß, wie wir die Zeit überbrücken können. Wir gehen auf unsere Lieblingswebseite. Nichts. Oh, Mann, ey. Das Let's Play direkt wieder nicht jugendfrei. Okay. Ich kriege gerade eine Steam-Benachrichtigung. Ein Spiel, was ich auf der Wunschliste habe, gibt es im Angebot. Vielleicht kommt ja bald ein neues Let's Play. Ne, wir machen erst mal das hier weiter. Oh, was soll das jetzt? Ey, da ist doch Grütze hier. Wir gehen erst mal noch gucken, was es hier sonst noch so gibt. Also, das Spiel ist wirklich realistisch, aber an schlechten Stellen. Pet Shop Builds, Blender, Samasor. Vielleicht gibt es hier ja was Gutes. Kann ich mir ein paar DVDchen kaufen? So, keine Ahnung. Reich und schön. Alle Staffeln. Alle Staffeln von Mona, der Vampir. Okay. Ah, okay. Hier kann ich den ganzen Schrott kaufen. Und kann ich auch irgendwo Essen kaufen, was nicht Eiscreme ist? So, Essen liefern lassen. Irgendwie, keine Ahnung. Asia-Nudeln. Food Shop. Ja, komm. Oh, das lädt ja ewig. Mir reicht gleich der Geduldsfaden. Ah, okay. Das ist ja überhaupt nicht teuer. Was gibt es denn hier so für Leckereien? Spaghetti-Eis? Das wäre richtig Knorkel. Ja, okay. OPS ist am Start. Kaufen Sie ein Mikrofon. Stream-Key. Genehmigen. Genehmigen, Hando. Ich will genehmigen. Ja, was weiß ich, was mein Stream-Key ist? Ja, wie soll ich denn das hier eingeben? Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, toll. Oh, ich kriege hier die Vollkrise. Ich will jetzt streamen. Mir wurde eine Twitch-Karriere versprochen. Alles, was ich hier bekomme. Achso, ich muss mir ein Mikrofon kaufen. Ja, alles gut. Samasua, da kaufen wir uns das billigste USB-Mikro. Mit so einem nehme ich nämlich mal auch meine Let's Plays auf. Das passt schon. Also, das mit dem Website-Laden ist echt nervig. So. Computertabellen, Tastaturen. Ah, mit Mikrofon direkt streamen? Wirklich? Ich bin so ein schüchterner Typ. Ich will nicht direkt mit Mikrofon streamen. Wirklich? Das ist ja so teuer hier. Das ist ja scheiße. Na, wir kaufen uns das billigste. Ja, wir machen erstmal billige Streams. Die Leute sollen meine Streams gucken. Wegen, äh, dem einwandfreien Gameplay, ja. Und nicht wegen der Mikroqualität. Wir kaufen uns echt das billigste. Komm. Add to Cart. Wagen. Ja, bezahlen. Zack. Senden Sie das gesamte Geld von der Bankanwendung am Telefon auf Ihre Kreditkarte. Okay. Kann ich dann endlich auf Zorn hab? Das wäre super, Knorkel. So. Ja, ich öffne doch das Telefon. Wieso geht hier nichts? Äh. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen muss. Senden Sie das gesamte Geld von der Bankanwendung am Telefon auf Ihre Kreditkarte. Okay. Warum denn? Bestellen Sie Lebensmittel. Okay, das machen wir auch noch. Ja, diese Folge ist zur Vorbereitung. Ich kann euch hier nicht viel erzählen. Äh, Mann. Es zieht mich einfach die ganze Zeit auf eine bestimmte Seite, ja. Und es frustriert mich, dass ich nicht genug Geld habe für eine Premium-Mitgliedschaft. Speed Test, äh, Skin Case. Keine Ahnung, was das hier alles ist. So, ich bestelle jetzt erstmal Essen. Das habe ich mir auch redlich verdient nach diesem harten Arbeitstag. Äh, hab ich wieder gestreamt und was nicht alles. Also, falls ihr irgendwann mal vorhabt, Twitch-Start zu werden oder so, äh, nehmt euch bloß nicht ein Beispiel an meinem Let's Play hier. Food Shop? Hä, das ist Katzenfutter. Was soll ich mit Katzenfutter? Hä, gerade gab es hier doch andere Sachen. Willst du mich jetzt komplett verkeulen hier? Äh, Mann, du Kackspiel. Äh, ich will Pizza mit Pommes drauf. Ist das so schwierig. Oder Kaviar. Ja, hallo. Wie beim Toilettenmanagement. Das ist ein Karrieresprung. Also, erstmal ein Mikrofon kaufen und danach ein Klo. Ich stream auf dem Klo. Ja, meine Streams sind sowieso für die Toilette. Da passt das schon. Also, das ist hier eine wahnsinnig gute Folge, ja. Ihr seht, wie RDLP in einem Spiel auf Webseiten rumdoktort. Das ist ja die verkorkstete Let's Play-Folge. Ja, ich bin ja gleich bei dir. Ich muss jetzt ein Klo bestellen. Jetzt lass mich mal eben in Ruhe hier. Klimaanlage brauche ich auch. Es wird 38 Stunden Streams am Stück geben. Waschmaschine brauche ich nicht. Ich stream nackig. So, 420. Wir kaufen uns das günstigste. Hm, achso, ja genau. Ah, alle Tutorial-Missionen sind abgeschlossen. Ich bin immer noch nicht schlau daraus. Ja, was auch immer. Äh, ich check gar nicht, wie ich jetzt streame oder was ich hier machen muss. Erstmal Takus gönnen. Essen, F. Ja, ich brauche kein Messer und Gabel, das passt schon. Wo ist jetzt mein Mikro? Wo bleibt denn das? Mikro, ich brauche ein Mikro. Wie fahren die das hier hin? Ich habe keine Ahnung. Was soll dieser Schelf sein? Ah, okay, das ist sowas. Ja, dann packe ich es mal hier hin. Gut, dann gucke ich mal kurz, wie ich diesen Key aktiviere. Ich weiß es aber nicht. Oh, ist das kompliziert. Deswegen streame ich nicht auf Twitch. Ja, es ist so kompliziert, das Spiel ist schon realistisch. Ich habe noch kein Klo, jetzt nervt mich nicht. So, Anmeldung. Ja, ich habe mich angemeldet. Passwort eh schon gespeichert. Ja, ist ja ganz toll. Streams. Ich möchte jetzt streamen. Wie starte ich denn den Stream? Hallo. Ich kann mir nicht mal welche angucken. Ah, das ist doch absolut grützig. Abonnentenziel 5. Ah, ich will 5 Millionen. Vorher werde ich hier nicht glücklich. Durchsuche? Nee. Ja, keine Ahnung. Ob das Klo jetzt auf dem Weg ist? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Äh, nee, ich habe hier noch kein Klo. Haben sie mir das irgendwo hingeliefert? Nö. Kann ich das irgendwo nachgucken, wo meine Bestellung ist? Keine Mitteilung. Es wird mir nichts erklärt. Gut, dann wäre es das für dieses Video. Ich gucke einfach mal, ob das Klo noch ankommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und dann starte ich den ersten Stream. Also, äh, ja, ich zocke gleich noch ein bisschen offline weiter. Ja, guck, dass wir das am Laufen kriegen. Gut, dann bedanke ich mich, rdlp. Und falls ihr Twitch-Star werden wollt, macht's genau wie ich hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.